Top 10 heißt es jetzt wieder hier bei Pearl TV. Und die Top 10, das sind immer die beliebtesten Produkte von Ihnen da draußen. Und auch wir sind immer ganz gespannt, was denn da auf den Plätzen 10 bis 1 gelandet ist. Vor allem die Podiumsplätze, also 3, 2 und 1, die sind immer ganz, ganz spannend. Und auch heute sind wieder viele Neuheiten dabei, Sachen, die Sie vielleicht noch nicht gesehen haben und die wir uns jetzt gemeinsam anschauen werden. Ich allein weiß, so um die 50 Produkte, die ich jetzt prognostizieren würde, dass sie bald in die Top 10 kommen. Aber welche 10 es geschafft haben, das schauen wir uns jetzt an. Beginnen natürlich mit Platz Nummer 10. Und das ist ein Gerät, das haben die deutschen Hausfrauen und auch die Männer zu lieben gelernt. Und deshalb erklärt sich auch der Platz Nummer 10, weil es ist so genial, damit zu arbeiten bzw. arbeiten zu lassen. Gerade das leidige Thema Fensterputzen, Sie kennen es vielleicht, das gehört jetzt der Geschichte an. Mit unserem Sichler-intelligenten Fensterputzroboter, der saugt sich mit einem Unterdruck an die Scheibe an und putzt dann die Fensterscheiben, die glatten Flächen wunderbar. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, denn die ersten Fensterputzroboter, die es gab, die arbeiteten mit Magneten. Ja, und die sind dann ganz schnell an ihre Grenzen gestoßen. Aber hier haben wir eben eine Ansaugtechnik, das heißt, hier wird ein leichtes Vakuum erzeugt und damit hebt es bombensicher an der Scheibe. Und dann haben wir diese zwei Pads mit Mikrofaser hier belegt und die reinigen wunderbar von oben nach unten, von links nach rechts jede Scheibe, egal ob innen oder außen. Und jetzt überleg dir mal, du hast so einen richtig großen Wintergarten, ja, innen zu reinigen, ist ja schon der Horror. Aber dann kommt man noch außen, am besten noch so eine leichte Schräge, wo du dann irgendwelche Leitern stellen musst. Ja, und dann setze ich einfach meinen Roboter an und das geht ganz, ganz einfach. Sollte ich es mal zeigen, Ralf? Ja, zeig es mir an den Zuschauer, gerne mal. Das geht wirklich ruckzuck. Am besten geht es immer, habe ich die Erfahrung gemacht, wenn man eine Seite so ein bisschen mit Wasser besprüht, die andere Seite reinigt dann wunderbar nach von diesen Mikrofaserpads. Und den setze ich jetzt einfach hier auf die Scheibe auf, mache den hier an, der saugt sich dann automatisch fest. Und dann kann ich den mittels Fernbedienung einfach mal losarbeiten lassen. Ja, und das Schöne ist, es ist ganz egal, wie dick die Scheibe ist, Doppelverglasung, Dreifachverglasung, Panzerglas oder die ganz dicken Schallisolierfenster, überall funktioniert das, weil eben keine Magnettechnik mehr hier in Betrieb kommt, sondern die Ansaugtechnik. So, und jetzt arbeitet er von links nach rechts, von oben nach unten, je nachdem, wie Sie ihn programmieren. Und das Einzige, was Sie noch zu tun haben, ist, sich zurückzulehnen und warten, bis Ihr Fensterputzroboter sagt, Arbeit fertig. Ja, es geht so einfach. Mit der mitgelieferten Fernbedienung können Sie ihn jederzeit steuern. Das ist überhaupt kein Problem. Es gibt voreingestellte Programme. Sie können aber auch individuell noch mal bestimmte Flächen nachreinigen. Mit diesem Drehkreuz zum Beispiel kann man das wunderbar einstellen. Und es wird auch eine Sicherung mitgeliefert, richtig? Ja, natürlich. Gerade wenn ich es außen im vierten Stock mache oder so, einfach nur zur Sicherheit, legen wir das kleine Kabel ein. Und wenn dann mal Stromausfall wäre, dann würde immer noch der Akku 30 Minuten den Fensterputzroboter an der Scheibe heben. Aber irgendwann wäre auch das zu Ende. Und damit dann nichts passiert, haben wir das Sicherungsseil, dann bleibt es trotzdem oben hängen. Und das ist ja natürlich nicht nur für Fenster geeignet, sondern wer schon mal im Bad die kompletten Fliesen gereinigt hat, der weiß, wie viele Stunden man da dran hängt. Ja, dann setze ich doch einfach meinen Fensterputzroboter auf den Fliesenspiegel und lasse ihn das Bad putzen. Ich lehne mich zurück, trinke einen Kaffee, ja, gehe vielleicht in der Zeit sogar einkaufen, ganz egal wie. Und mein Roboter erledigt den Rest. Ich finde es ganz, ganz toll, vor allem, weil dieser Fensterputzroboter auch die Rahmen mit abreinigt. Dadurch, dass diese Mikrofaserpads so ein bisschen um die Ecke gearbeitet sind, werden auch hier die Innenseiten, man sieht sie sehr gut, sehr schön mit ausgereinigt hier von den Rahmen. Also eine tolle Sache, ganz, ganz einfach. Das heute für 313,41 Euro. Die Bestellnummer hier, die NC5805 und die 569, unser Platz 10 in den Top 10, absolut beliebt. Innovationen hier bei Pearl TV, nie wieder Fenster putzen, sondern ab jetzt Fenster putzen lassen. Fenster putzen lassen, das ist das Zauberwort. Und einmal muss ich doch noch putzen, nämlich diese Mikrofaserpads. Aber die kann ich ganz, ganz einfach abziehen, in die Waschmaschine werfen und Ersatzpads sind übrigens mitgeliefert. Und wenn sie wieder sauber sind, einfach wieder drauf spannen und außen wie innen die Fenster reinigen lassen. Das ist wichtig, lassen. Ich brauche gar nichts mehr zu tun, ich muss ihm nur sagen, wo er putzen soll. Ich sage Ihnen nochmal die Bestellnummer NC5805 und die 569, 313,41 Euro. Kommt versandkostenfrei zu Ihnen nach Hause und damit sind wir bei Platz Nummer 9. Ja, da kommen wir zur Elektronik. Ein Laptop, der es unter die Top 10 geschafft hat. Und es wundert mich nicht, weil das ist wieder mal ein Rechner der Extraklasse. Ein HP, genau der 6450B und zwar das ProBook. Und der hat es mal so richtig technisch in sich. Was kann der denn alles? Gibt es da bestimmte Highlights, die man hervorheben kann, Ralf? Also wunderbar ist natürlich die Kompaktheit. 14,1 Zoll hat das Display, ist für mich genau die richtige Größe. Und die Auflösung davon, WXGA, also schärfer als HD. Dazu natürlich ein Markenname, HP. Das ist ein Name, der klingt wirklich in allen Ohren von Computerfans. Wer möchte nicht schon mal so ein Markengerät? So, bevor wir weiter auf die technischen Details eingehen, müssen wir natürlich noch sagen, dass es sich hier um kein Neugerät handelt. Denn neu kostet der fast 930 Euro. Nein, es ist ein sogenannter geprüfter Leasingrückläufer. Geprüfter Leasingrückläufer, also refurbished, sagen wir in der Umgangssprache. Was bedeutet das genau? Kannst du das nochmal erklären für die Kunden? Das heißt, er war zwei Jahre verliest an große Firmen. Dort haben sie Außendienstmitarbeiter oder auch Innendienstmitarbeiter genutzt. Nach zwei Jahren kommen die zurück. So, und dann werden sie natürlich grundaufgereinigt, von Herz auf Herz und Nieren geprüft. Und wir sehen das mal in einem kurzen Einspieler, wie das funktioniert. Da eben die Reinigung und die Sichtprüfung, die wir haben. Wenn da Fehler entdeckt sind, werden die ausgemerkt. Tastatur, wenn da nur ein kleinster Fehler drin ist. Neue Tastatur, Arbeitsspeicher. Wenn der fehlerhaft ist, wird er natürlich erneuert. Alles wird geprüft. Hier die Netzteile zum Beispiel. Die Akkus werden überprüft. Und erst wenn alles, alles, alles hundertprozentig in Ordnung ist, dann kommt er zu uns. Dann kommt noch Windows 7 als Betriebssystem drauf. Und dann steht er bei uns in der Hitparade auf Platz Nummer 9. Für 279,50 Euro können Sie ihn heute bestellen mit der Bestellnummer REF 1155 und der 569. Ein wunderbares HP Pro Book hier als geprüfter Leasingrückläufer. Wie ist das mit der Gewährleistung? Ja, natürlich 24 Monate, gesetzlich vorgeschrieben. Da halten wir uns dran. Aber jetzt gehen wir mal ans Innenleben. Und zwar, wenn ich heute in den Fachmarkt gehe und will einen Fabrik neuen Rechner, ebenso einen HP, dann habe ich eine Prozessorentechnik. Die nennt sich i3, i5, i7 oder wir einigen uns aufs Deutsche i3, i5, i7 Prozessoren. Das ist das Nonplusultra heutzutage. Und hier drin zum Beispiel ist ein solcher i3 Prozessor verbaut. 4 GB Arbeitsspeicher. Und das in der Kombination gibt ein Tempo. Das ist unglaublich. Ich kann hier wirklich ganz, ganz schnell verschiedene Sachen gleichzeitig machen. Und diese i3, i5, i7 Prozessoren sind einfach intelligent. Die verteilen die Energie intelligent auf die Arbeitsschritte, so dass ich nirgends irgendwelche Tempoeinbußen habe, auch wenn ich drei, vier Programme gleichzeitig arbeiten lasse. Also, ich fasse nochmal zusammen, wir haben hier 14 Zoll, wir haben hier diese WXGA-Grafik, die ist besonders. Und dann hier einen i3 Prozessor mit eingebaut. Das ist natürlich schon mal super. Und das Ganze ein Markengerät aus dem Hause HP. 279,50 Euro hier heute bei uns als geprüfter Leasing-Rückläufer. Die Bestellnummer REF 1155 und die 569. Ja, 250 GB Festplatte, die runden das Ganze noch ab. Also genügend Speicherplatz für jeden. Und wer schon immer mal so einen Marken-Laptop haben wollte, aber einfach nicht bereit ist, 900.000, 1100 Euro dafür zu bezahlen, der sollte hier zuschlagen. Denn ich sage es immer wieder, Leasing-Rückläufer kaufen ist clever kaufen. Denn für 279,50 Euro, ein technisch absolut up-to-date-es Gerät. Aber das ist unglaublich, das ist für mich der Preishammer. Eigentlich müsste da noch vier, fünf, sechs Plätze weiter vorne sein. Aber viele unserer Kunden... Vielleicht kommt der ja weiter vor, wir wissen es ja nicht. Wir machen ja die Top 10 regelmäßig. Vielleicht ist er dann in der nächsten Woche schon vorgerückt auf einen der niedrigeren Plätze, also vielleicht sogar unter den Top 3. Das werden wir mal sehen, weil für den Preis wirklich ein tolles Gerät. 279,50 Euro, unser HP Pro Book hier in unserer Top 10. Eine tolle Sache, ein wunderschönes Produkt. Gut, dass es in die Top 10 gekommen ist. Ja, auf jeden Fall. Ein Hammerprodukt. Schlagen Sie zu. Helfen Sie uns vielleicht da noch ein bisschen, dass unser Rechner, unsere Prognose recht bekommt. Und zwei, drei Plätze nach vorne hat er auf jeden Fall verdient. Bestellen Sie ihn. 279,50 Euro. Das ist ein unglaublicher Preis für diesen HP, für das Pro Book mit eben dem i3-Prozessor, vier Gigabyte Arbeitsspeicher und 250 Gigabyte Festplatte. So, jetzt sind wir aber bei unserem Platz Nummer 8. Und ich muss sagen, ich kaufe mir ja oft Artikel von Pearl. Und hier kann ich aber sagen, ich habe gleich drei auf einmal gekauft von diesem Produkt. Auch kein Wunder. Es handelt sich um unsere tollen selbstschließenden Premium-Fliegennetze. Ich sage immer auch Insektennetze, weil bei mir ist es einfach der Schutz gegen die Spinnen auch. Aber gerade gegen Mücken, gegen Fliegen, alles, was dann ungeziefer in der Wohnung kommt, da können Sie sich jetzt optimal vorschützen. Und zwar sehen wir hier einmal die Installation. Das geht bei diesen Premium-Fliegennetzen ganz, ganz einfach. Da hier mit Klebestreifen gearbeitet wird, die mit Klett versehen sind. Die klebe ich einfach an den Türrahmen einmal an, die andere Seite an mein Premium-Netz. Und dann kann ich das auch wieder mit diesem Klettverschluss an- und abziehen. Ja, wenn Sie jetzt zu Hause sagen, ich habe aber dieses Jahr fast noch keine Fliegen gesehen. Ja, kein Wunder, es ist auch noch nicht richtig heiß. Aber ich bin mir fast sicher, dass irgendwann mal wieder heißt, dieses Jahr Fliegen und Mücken. Ja, weil der Winter war eigentlich verhältnismäßig mild. Wir hatten nicht viele Tage mit tiefem Frost. Und nur wenn der ist, gehen die ganzen Larven kaputt. Also die haben alle überlebt und werden jetzt dann im Mai, Juni, Juli rauskommen und werden ganz klar das Ziel haben, Sie zu ärgern. Sobald Sie die Balkontüre offen haben und Licht in der Wohnung an, sind die alle bei Ihnen und besuchen Sie. Es sei denn, Sie haben so ein wunderbares Fliegennetz gespannt. Und die Technik ist eigentlich so einfach und genial. Denn der Magnetverschluss in der Mitte verschließt bei jedem durchgehend sofort hinter Ihnen wieder die Türe. Und die Fliegen müssen draußen bleiben. Natürlich auch die Mücken, die Wespen und die Motten. Das ist ja auch immer so schön, wenn man ums Licht so eine Riesen-Motte-Kreisen hat. Ja. Ja, die bleiben dann alle zu Hause. Ich habe drei Stück gekauft, übrigens für meine Tochter, denn die hat drei Balkontüren. Und letztes Jahr hatte sie Riesenprobleme trotz Fliegenschutz, weil die hatte so ein Dreiteiliges, was du übereinander setzt. Kennst du die? Ja, kenn ich. Da hast du immer ein Stückchen offen, da kannst du machen, was du willst. Ja, hier passiert dir das einfach nicht, weil hier hast du diese Magnetverschlüsse. Und sobald jemand durchgegangen ist, zieht sich das automatisch wieder zusammen. Also sehen Sie, da sind die Magneten eingesetzt. Wenn jetzt hier jemand durchgeht, dann geht das hier automatisch wieder zu, ist wieder verschlossen. Und das noch mit der schicken Bordüre oben. Luftdurchlässig, aber bietet halt den Insekten keine Chance, bei Ihnen reinzukommen. Und die Montage ist sowas von denkbar einfach. Zwei Klettverschlüsse, die aufeinander gemacht werden. Und auf beiden Seiten der Kleber, eins auf den Fliegenvorhang, eins auf den Fensterrahmen und fertig ist die Laube. Das Ganze gibt es für 18,91 Euro mit der Bestellnummer NC8846 und die 569. Und die Fliegenplage wird vor Ihrer Balkontür ein Ende finden. Und Sie können abends ruhig, ohne Probleme lüften, denn mit diesem Fliegennetz, hier haben Sie keine Probleme. Und damit sind wir bei Platz Nummer 7. Und ich muss sagen, prädestiniert eigentlich für euch Damen, aber ihr habt mich in der letzten Sendung, als ich den vorführen durfte oder mich, ich sag mal, geopfert habe, habt ihr mich überzeugt. Weil, schau mal, hier, hier, testweise wurde bei mir am Arm, wurden ein paar Haare entfernt. Und das ist jetzt auch schon wieder zwei Wochen her, da sind keine nachgekommen. Die kommen einfach nicht mehr. Ich kann es auch schon gar nicht mehr zeigen, weil bei mir sind auch schon alle Haare weg. Und es ist unser Beautygerät zur dauerhaften Haareinfernung und zwar mit Thermotechnologie. Thermotechnologie, ich kann es Ihnen einmal zeigen, es ist wirklich toll, weil hier mit jeder Anwendung das Wachstum der Haare quasi reduziert wird. Die Haarfollikel werden immer weiter geschlossen, sodass dann am Ende keine Haare oder nur wenig Haare mehr nachwachsen. Es geht ganz, ganz einfach und es ist schmerzfrei. Wir haben hier drei Aufsätze mitgeliefert. Man kann je nach Zone, die man entharren möchte, den richtigen Aufsatz wählen. Ich nehme jetzt hier mal einen ein bisschen breiteren. Der wird einfach oben aufgesteckt auf das Gerät. Dann macht man das einmal an. Das geht wirklich ganz leicht. Und dann kann ich drei unterschiedliche Stufen wählen. Man sieht das hier mit diesen kleinen Sonnen. Ich mache jetzt mal die höchste Stufe, um Ihnen zu zeigen, dass es wirklich auch schmerzfrei ist. Und jetzt guck mal, Kathi, hier haben wir es gemacht. Erstmal ist es nicht nur schmerzfrei, sondern es ist ein sehr, sehr angenehmes Gefühl. Und schau mal, hier an der Stelle, ich hoffe, man sieht es da. Ja, guck mal, da ist alles blank. Soll ich jetzt die Oma noch mal? Die kommen ja sowieso nicht mehr, dann sollten wir es einheitlich machen. Das ist der Wahnsinn. Also mich stören jetzt die Haare an den Armen nicht, aber es gibt ja Stellen, da stören sie einfach. Und wenn ich die so einfach entfernen kann, und das vor allem dauerhaft, dann bin ich total begeistert. Es werden immer wieder weniger Haare, die danach kommen, je nach Anwendung. Es tut nicht weh, man kann es für alle Körperregionen anwenden. Also es geht wirklich ganz, ganz einfach, ist wirklich schön. Man fährt dann da über die Stellen drüber, ich habe es bei mir auch an den Armen gemacht, an den Beinen. Ich habe überall keine Haare mehr, ich kann es schon fast gar nicht mehr zeigen. Meine Damen und Herren, merken Sie sich die Stelle, mein rechter Arm hier im Unterarmbereich. Ich werde Ihnen den in zwei, drei Wochen noch mal vorführen. Und Sie werden sehen, genau an der Stelle, an der Kathi mich jetzt hier behandelt, sind immer noch keine Haare. Also es geht wirklich sehr, sehr gut. Sie sehen es hier, da ist ein Peeling-Pad mitgeliefert. Die sehen so aus und da fährt man dann hier nochmal über die Stelle, die man dann enthat. Oh, guck mal, hier sieht man es auf dem Tisch. Schauen Sie mal, was hier auf dem Tisch los ist. Da sind jetzt die ganzen Haare, die entfernt worden sind. Die sind jetzt hier alle auf dem Tisch. Also es ist wirklich toll. Je häufiger Sie es anwenden, desto weniger Haare kommen nach. Und wir haben es verkauft im Megadeal. Es war einer der Bestseller hier. Sie sehen auch jetzt eingeblendet, es geht schon wieder aus. 99,90 Euro ist der Preis. Unser Beauty-Gerät zur dauerhaften Haarentfernung. Eine tolle Technologie. Und für das Geld wirklich der Wahnsinn, wenn man allein einmal zum Wachsen geht, das kostet schon richtig viel Geld. Und es tut weh, hier schmerzfrei erreicht. Ich habe schon gestandene Männer gesehen, die sich die Beine gewachst haben oder gewachsen lassen mussten. Die hatten Tränen in den Augen. Und das passiert Ihnen bei diesem Gerät ganz, ganz sicher nicht. Also unser Platz Nummer 7, aber wird bald aus der Hitparade verschwinden. Denn Sie haben es gesehen, geht aus. Das heißt, wenn Sie jetzt schmerzfreie Haare entfernen wollen mit dieser Thermotechnologie, dann schlagen Sie jetzt zu. Die NX 8062 und die 569 ist die Bestellnummer. Und der Preis 99,90 Euro. Direkt jetzt bestellen. Wie gesagt, eine tolle Technologie. Sehr, sehr beliebt bei den Damen als auch bei den Herren. Alle Bereiche des Körpers können enthaart werden. Und je häufiger Sie es anwenden, desto weniger Haare kommen nach. Probieren Sie es aus. Das ist wirklich der Wahnsinn. Ja. So, und das war Platz Nummer 7. Und Platz Nummer 6 ist ganz ähnlich wie Haarentfernung. Ja, aber das machen wir draußen im Garten. Also, hier ist er, unser Platz Nummer 6. Und gerade, jawohl, der Seemann, da wird er reingebracht. Unser Wunderrasenmäher, sage ich mal. Der fällt gleich schon allein durch die Optik auf und ist absolut überzeugend im Gebrauch. Gerade, wenn ich gar nicht so große Rasenflächen habe, sondern eher mal 2, 3 kleine, die ich zwischendurch mähen möchte, dann ist dieser Rasenmäher genau das Richtige. Und schauen Sie mal bei der Anwendung. Da sieht man sofort, da wird ganz anders gearbeitet als mit herkömmlichen Rasenmähern. Und warum das so ist, das schauen wir uns jetzt gleich hier im Studio an. Es handelt sich hier aus dem Hause Royal Garden hier um einen elektrischen Luftkissenrasenmäher. Bei der Anwendung sieht man es, du hast es gerade angesprochen, wirklich. Der scheint quasi über den Rasen zu geleiten, zu schweben. Und der wird wie eine Sense oft eingesetzt. Ja, erstens mal ist er sehr, sehr leicht. Er wiegt insgesamt gerade mal 5 Kilo. Das sehen Sie jetzt ganz locker zu heben. Dementsprechend kann man ihn noch hier. Darf ich auch mal? Schauen Sie sich das mal an. Ach, wie leicht. Den kannst du doch toll an die Wand hängen. Der nimmt ja fast keinen Platz weg, wenn man den einfach so an die Wand hängt. Dann ist er schnell verstaut. Aber ich möchte ja Rasen damit mähen. Und dann lege ich ihn jetzt wieder nach unten. So, und jetzt werden Sie gleich feststellen, da sind ja gar keine Räder dran. Eben, jetzt kommen wir zu dieser Luftkissentechnik. Wenn ich ihn anmache, einfach diesen Knopf drücken und diesen Hebel ziehen. Und schon geht es los. Wir sehen es hier, wie einfach. Wow, der fängt richtig an zu schweben. Dann wird ein Luftkissen darunter aufgebaut. Und er schwebt. Und ich habe nicht mal mehr die 5 Kilo Gewicht. Ich habe gefühlt vielleicht noch 100 Gramm. Und dann kann ich mit zwei Fingern den Rasenmäher über den Rasen gleiten lassen. Ich kann die Schnitthöhe einstellen. 1 Zentimeter oder 2 Zentimeter Länge. Und dann siehst du, ich kann hier natürlich von links nach rechts, aber ganz gewöhnlich auch in Bahnen mähen. Ganz egal, wie ich das möchte, aber ohne Kraftaufwand, mit einem hervorragenden Schnittergebnis und vor allem zu einem Hammerpreis. 59,90 Euro ist der Preis für unseren elektrischen Luftkissenrasenmäher aus dem Hause Royal Gardenier. Das ist wirklich der Wahnsinn. Kein Wunder, dass Sie da so zahlreich zugegriffen haben. Du hast es schon gesagt, gerade für kleinere Rasenflächen, wenn man vom Haus vielleicht eine kleine Rasenfläche hat, wenn man nur ein Reihenhaus hat. Da brauche ich mir keinen großen, teuren Rasenmäher kaufen. Das bringt mir gar nichts. Ich den aus dem Keller habe, da ist schon meine Mähzeit quasi vorbei. Nein, hier ein kleines, kompaktes Gerät für 59,90 Euro. Die Bestellnummer hier ist die NX5016. Und die 569 ist sehr, sehr beliebt hier bei uns. Und deshalb hier auch auf Platz Nummer 6 gelandet in unserer Top 10. Wirklich klasse. Der wundert mich absolut nicht, denn es macht auch Spaß, damit zu mähen. Das Mähergebnis ist hervorragend. Unten zwei Klingen, nee, drei Klingen, Entschuldigung, die das garantieren. Und dann ist einfach alles sauber geschnitten. Und gerade wenn ich einen kleinen Rasen habe, ich hänge den einfach irgendwo im Keller an den Haken, muss nicht schinden, um den irgendwie hochzuholen, weil 5 Kilo, ich glaube, die kann ein 6-jähriges Mädchen schon nach oben tragen. Und das Mähergebnis ist hervorragend. Auch toll zu mitnehmen, ne? Kann man ja auch zusammenklappen oben den Griff. Und die kannst du wunderbar ins Auto hinten reinpacken, ne? Also 59,90 Euro für diesen tollen Luftkissen-Rasenmäher. Und die Bestellnummer ist die NX5016 und die 569. Ein absolutes Must-Have, wenn die Rasenfläche nicht ganz so groß ist und sie einfach mal so ganz bequem ohne große schweißtreibende Schinden den Rasen mähen möchten. Und schweißtreibende Schinden, das ist eigentlich auch ein gutes Stichwort, weil das brauchen wir bei unserem Platz Nummer 5 auch nicht, sondern hier können wir ganz, ganz entspannt im Prinzip trainieren. Also, hier kommt da unser Platz Nummer 5. Und da handelt es sich um einen tollen Vibrationstrainer. Sie kennen ihn wahrscheinlich schon aus den Sportsensionen, wenn Sie da mit mir häufiger mal reingeschaut haben. Aus dem Hause Newton Medicals ist es hier unser Vibrationstrainer. Und die Besonderheit von diesem Gerät ist, das ist ein Gerät, das kann horizontal und vertikal vibrieren. Also hat zwei Vibrationsrichtungen, die ich einstellen kann. Die kann ich einzeln anwählen oder zusammen und kann dann hier mein Training machen auf diesem Vibrationstrainer. Und Vibrationstraining, das ist so genial einfach nur. Zusätzlich sehen wir natürlich auch noch die Expander. Das heißt, ich kann auch noch zusätzlich meinen Bizeps ein bisschen trainieren. Und also ich sage immer Training für Faul. Aber ich muss jetzt sagen, mittlerweile gehöre ich nicht mehr zu den Faulen, sondern schon vor den fortgeschrittenen. Monatelang jetzt jeden Tag mindestens 10 Minuten. Und ich stehe jetzt auch einfach mal drauf. Und was mich besonders begeistert hat noch zu den ganzen Trainingserfolgen ist, ich hatte vor ein paar Wochen eine Meniskus-Operation. Innen- und Außenmeniskus. Und dann bin ich einfach nach ein paar Tagen auch wieder langsam auf den Vibrationstrainer. Und es war also wirklich wahnsinnig, wie schnell sich meine Muskeln wieder aufgebaut haben und ich problemlos jetzt wieder laufen, rennen und auch mal wieder Badminton spielen kann. Ja, stimmt. Das kann ich nur bezeugen hier. Ein tolles Trainingsgerät. Durch diese Vibration wird die Muskulatur angeregt. Und dieses Training ist sehr, sehr effizient, da wir normalerweise nur ca. 60% der Muskulatur unseres Körpers bewusst steuern können. Durch so einen Vibrationstrainer werden aber über 90% der Muskeln angesprochen. Mit unterschiedlichen Übungen. Ralf zeigt jetzt hier so eine Einsteigerübung quasi einfach auf dem Gerät stehen, Knie leicht gebeugt. Die Expander kann man gut noch mitnehmen, um die Arme zu trainieren. Und das Training spricht dann auch mit anderen Übungen in Kombination den gesamten Körper an. Ein sehr beliebtes Trainingsgerät, was wirklich sehr effizient ist, weil ein kurzes Training ausreicht. Man muss hier nicht stundenlang trainieren, sondern 10 Minuten pro Tag auf diesem Vibrationstrainer reichen völlig aus, um einen Erfolg zu haben, um sich besser zu fühlen. Man bekommt auch Muskelkater, das kann ich Ihnen bestätigen. Deshalb nicht zu lange wirklich 10 Minuten reichen. Man hat dann den Muskelkater, die Muskulatur wird schön gestärkt und es ist ein absolut gelenkschonendes Training. Ja, und es macht auch noch Spaß, wenn Sie immer mal ein bisschen draufstehen. Fangen Sie langsam an und arbeiten Sie sich hoch, weil das ist auch noch das Tolle an diesem Gerät. Das ist für Profisportler bis nach unten zum absoluten Laien für alle geeignet. Auch wenn Sie schon lange keinen Sport mehr gemacht haben, stellen Sie sich mal drauf und Sie werden schon nach wenigen Tagen Besserungen in sich entdecken. Die Muskeln werden straffer, Sie werden beweglicher und einfach ganz körperlich fitter. Es ist ja auch kein Wunder. Geh mal heutzutage in ein Fitnessstudio. In jedem Fitnessstudio stehen mittlerweile solche Vibrationstrainer. Und da gibt es teilweise lange, lange Wartezeiten, bis man überhaupt mal drankommt. Ja, und was ist beim Fitnessstudio? Monatliche Gebühr. 50, 60, 70, 80 Euro im Monat. Und das brauchen Sie hier auch nicht. Stellen Sie ihn unter das Bett, holen Sie ihn morgens für 10 Minuten raus und trainieren Sie ganz kräftig drauf, beziehungsweise genauso kräftig, wie Sie es sich zutrauen. Und das dann langsam steigern. Und gerade einen netten Nebeneffekt hat das Training natürlich auch noch. Wenn man es natürlich regelmäßig macht, dann werden einfach mit der Zeit auch die Pfunde ein bisschen weniger. Also auch das nochmal ein toller Effekt unseres Vibrationstrainer. Für 237,41 Euro kommt das Gerät auch zu Ihnen nach Hause. NX 1104 und die 569 ist hier die Bestellnummer einer der beliebtesten Artikel aus unserer Sportsendung. Ich freue mich immer, wenn ich Vibrationstrainer vorstellen darf. Und hier bei uns auch in die Top 10 geschafft. Und ja, damit sind wir schon fast bei Platz Nummer. Ja, wir sind bei Nummer 4, also fast schon auf dem Podium, aber noch nicht ganz. Aber ein Gerät, das es genau richtig zur warmen Jahreszeit bei uns in die Top 10 geschafft hat. Nee, ich glaube, war letzte Woche schon drin. Hier jetzt Platz 4, unser kompakter Verdunstungskühler. Und das ist für mich ein Gerät, das hat mich total überzeugt. Egal ob in kleiner, später sehen wir es noch in größerer Version. Beide Geräte sind so effektiv und so angenehm, dass ich mir beide nach Hause geholt habe. Es ist extrem angenehm, die Kühle. Darauf müssen wir mal zu sprechen kommen. Also hier haben wir eine Verdunstungs-, eine Wasserkühlung, die hier passiert. Und die ist wirklich, die macht so eine angenehme Luft. Die Luft, die hier vorne rauskommt, ist wunderschön. Die ist so leicht angefeuchtet, also gar nicht trocken. Weil man kennt das so ein bisschen von Klimaanlagen. Die machen so eine unglaublich eiskalte, ganz, ganz trockene Luft. Davon wird man immer krank. Hier eine absolut gesunde Luft, die da rauskommt. Angenehm temperiert, gekühlt. Aber trotzdem von der Konsistenz wirklich so natürlich. Toll. Und vor allem ohne Chemie. Das arbeitet von ganz allein, nämlich auf zweierlei Arten. Einmal haben wir hier natürlich einen Wassertank dran. Und da fließt die Luft am Wasser vorbei. Dadurch wird schon ein bisschen gekühlt. Aber die eigentliche Kühlung ist ein physikalisches Gesetz. Und das ist so ein Verdunstungskühler. Und beim Verdunsten, die Physiker wissen es, entsteht Kälte. Wenn Wasser verdunstet, also in dem Moment, wo es von der festen Form in die Gasform übergeht, da entsteht die Verdunstungskälte. Und dieses physikalische Gesetz, das macht sich dieser Verdunstungskühler zunutze und bläst diese Verdunstungskälte dann nach draußen. Das heißt, es ist keine aufdringliche Kälte, sondern ungefähr 4 bis 5 Grad unter der momentanen Raumtemperatur. Und das ist eigentlich dann die perfekte Temperatur, um sich wohl zu fühlen, um sich erfrischt und gekühlt zu fühlen. Wie haben Sie jetzt hier auf dem Tisch stehen, ohne elektrischen Anschluss? Das heißt, die laufen mit Akku? Die können auf zweierlei Arten betrieben werden. Entweder, wenn ich am Schreibtisch habe, mache ich ihn direkt in die Steckdose. Das Netzteil ist natürlich dabei. Oder wenn ich unterwegs bin oder mal draußen auf der Terrasse, dann benutze ich einfach die Akkus, die drin sind. Und dann habe ich bis zu sechs Stunden Kühlung, bevor ich wieder ans Netz muss und die Akkus wieder aufladen. Und du siehst, vorne haben wir tolle Sachen. Zum Beispiel hier, wenn ich beim Camping bin, haben wir hier noch eine kleine Leselampe, die ich jederzeit einschalten kann. Daneben haben wir dann die Intensivität des Gebläses. Wir haben einmal High, einmal Low. Und dann können wir auch noch ein bisschen kühler machen, wenn es uns noch zu warm ist. Und wenn man diesen Effekt noch ein bisschen verstärken will, dann mache ich einfach noch ein paar Eiswürfel ins Wasser rein, also in den Wassertank unten. Und dann habe ich statt vier, fünf Grad vielleicht sechs oder sieben Grad Unterschied. Und das Schöne ist, ich spare hier Strom ohne Ende, weil der hat gerade mal neun Watt. Nur neun Watt verbraucht er? Das ist ja weniger als mein Toaster. Ja, genau. Also dein Toaster würde wesentlich mehr Strom verbrauchen, wenn er denn auch nur annähernd so lange laufen würde. Aber hier sind wir sehr, sehr energiesparend. Und das ist für die heißen Tage, die jetzt hoffentlich bald kommen, eigentlich unerlässlich. Die Erfrischung, die man mal möchte, egal ob es am Schreibtisch ist oder draußen auf der Veranda. Es ist wirklich eine angenehme Kühle. Und das für 66,41 Euro hier. Unser Platz vier in den Top Ten mit der Bestellnummer NC 5773 und der 569. Sehr beliebt bei Ihnen, denn Sie können ihn überall mit hinnehmen. Einfach vielleicht auch zum Camping, da der mit Akku dann läuft. Sechs Stunden, zack, ist das Vorzelt kalt zum Beispiel. In den Wohnwagen auch eine tolle Sache. Absolut einer der beliebtesten Produkte hier bei uns bei Pearl TV. 66,41 Euro. Unser Sichler kompakter Luftkühler mit Wasserkühlung auf Platz Nummer vier in unseren Top Ten. Und damit gehen wir zum Podium. Top drei, also der dritte Platz. Und das erste, was ich hier mache, und das würde ich Ihnen auch raten, wenn Sie mal zum Genuss kommen, die Uhr ausziehen. Warum, werde ich Ihnen gleich zeigen. Und das zweite, was ich noch machen muss, ist meine Schuhe aus. Du willst da rein, gell? Ich gehe in den Schwarzen heute. Darfst du doch gerne, darfst du gerne. So, jetzt noch die Schuhe ausziehen. Oh, und die Ganzkörpermassagesessel. Kennen Sie die schon? Die sind so toll. Also als allererstes sich so richtig gemütlich machen. Das heißt, schön die Schuhe aus. Und dann geht es schon los. So, und jetzt alles, was Sie jetzt noch machen müssen. Arme hier rein und auf Start drücken. So, und deshalb habe ich die Uhr ausgezogen, weil die Arme kommen nicht auf die Lehne, sondern in die Lehne. Und die werden integriert in diese unglaubliche Massage. So, und wenn man dann drin sitzt, merkt man, wie der Sessel einen scannt. Ihr schaut, wie groß, wie breit sind Sie, wer sitzt denn heute bei mir drin? Und wenn dieser Scanvorgang beendet ist, dann legt ein Massageprogramm los. Das ist unglaublich. Das ist eine solche Erholung pur. Gerade nach einem arbeitsreichen Tag oder wenn man die Füße wehtun, die kleinen Zipperlein im Nacken oder im Lendenwirbelbereich. Und hier heißt es dann einfach nur noch zurücklehnen und genießen. Mit einer 3D-Massagetechnik, hier sehen wir gerade diese 3D-Massagerollen, wird Ihr Körper da bearbeitet? 3D ist ganz, ganz wichtig. Das ist nicht von oben nach unten und von links nach rechts, sondern das ist in den Muskel hinein. Und dieses Gefühl ist genauso, als würde ein Masseur mit seinen Fingern in den Muskel reingehen. Also dorthin, wo es dann wirkungsvoll ist. Und ja, mit einem Masseur habe ich ein bisschen untertrieben, weil manchmal hat man das Gefühl, dass 5, 6 Masseure gleichzeitig an einem arbeiten. Denn es geht nicht nur um Schulterländen und Brustwirbelbereich, sondern gleichzeitig werden die Arme massiert, die Beine werden massiert. Gerade meine Waden, meine Fersen, dann wird der Fuß Riss, aber auch die Fußsohle. Das passiert alles gleichzeitig. Und es ist so ein angenehmes Gefühl. Und glauben Sie mir, wenn man den ganzen Tag hier im Studio steht, dann tun einem abends schon mal ganz schön die Füße weh. Und dann in so einen Sessel sitzen, das ist einfach eigentlich unbezahlbar. Das finde ich auch. Das ist wirklich Luxus pur. Und hier sehen wir einmal, wie das mit der Bein- und Fußmassage passiert. Da werden die Unterschenkel hier dementsprechend mit den Luftkissen bearbeitet. Und dann unten auch der Fuß, da sind viele Luftkissen verbaut. Und zusätzlich noch mal diese Rollen, die hier den Fuß mit dieser Thai-Soul-Gosha, das ist eine Schabetechnik, eine bestimmte Art der Massage hier, verwöhnt. Und das ist wirklich Luxus pur, den man hier genießen kann. Wir haben hier wirklich 61 Luftkissen in dem gesamten Sessel verbaut. Und dann natürlich diese 3D-Massagerollen, die hier einem dieses optimale Massageergebnis bieten. Die regen natürlich unheimlich die Blutzirkulation auch an. Das merkt man gerade auch bei den Händen zum Beispiel, wenn das hier mit diesen Luftkissen massiert wird. Da merkt man richtig, wie sich das dann alles leicht anfühlt. Wie das Blut wieder anfängt zu fließen. Und man dieses tolle Massagegefühl hier hat, wenn man in diesem Sessel sitzt. Ja, und das Schöne ist, ich muss nicht eins der 5 Wohlfühlprogramme benutzen, die schon vorinstalliert ist. Sondern ich kann das ganz, ganz einfach auf meine Bedürfnisse einstellen. Das ist denkbar einfach in einem übersichtlichen Display. Und eine Funktion gibt es noch, die liebt Kathi besonders. Und zwar, das ist die Tiefenwärme. Da sehen Sie rechts unten so einen roten Knopf. Da schalte ich die zu. Und dann habe ich nicht nur eine Massage, sondern ich werde auch noch tiefengewärmt. Das ist eine meiner absoluten Lieblingseinstellungen. Gerade auch, wenn man extreme Verspannungen hat. Wenn man dann diese Tiefenwärme hier zuschaltet, dann fühlt es sich unglaublich schön an. Zusätzlich kann man auch die Sitzposition beliebig verstellen. Das heißt, direkt, wie Sie das möchten, etwas aufrechter sitzen. So wie wir das jetzt tun, weil wir mit Ihnen sprechen. Aber auch zum Beispiel in die Horizontale den Sessel bringen. Wenn Sie einfach während der Massage ein bisschen ruhen wollen und schlafen vielleicht überhaupt kein Problem. Den Sessel können Sie ganz individuell auf Ihre Bedürfnisse anpassen. Aber einen Tipp gebe ich Ihnen noch. Wenn Sie reinsitzen, machen Sie es nicht, wenn Sie noch einen wichtigen Termin hinterher haben. Weil das Risiko, drin einzuschlafen, das ist ganz, ganz hoch. Und dann schläft man nicht aus Müdigkeit ein, sondern aus tiefen Entspannung. Weil man sich so wohl fühlt, weil man sich geborgen fühlt. Das ist ein Stück Luxus, das lässt sich mit gar nichts beschreiben. Und wir kennen das vielleicht noch Büroalltag. Man sitzt acht Stunden eigentlich immer in einer ungünstigen Haltung. Und irgendwann tut der Nacken, tut der Lendenwirbelbereich weh. Oder andere stehen acht Stunden und können dann abends nicht mehr auf die Füße stehen, weil sie so wehtun. Und dann hier reinsitzen in diesen Ganzkörper-3D-Massagesessel. Das ist, also ich würde es mal sagen, wie Weihnachten und Ostern an einem Tag, oder? Das ist wie ein richtiger Luxusurlaub. Und den kann man jeden Tag haben. Für 2350 Euro bieten wir Ihnen diese Sessel an. Die kosten an anderer Stelle mit dieser 3D-Massagetechnik. Diesen ganzen individuellen Einstellungen und dieser hochwertigen Verarbeitung an die 7.000, 8.000 Euro. Bei uns hier bei Pearl TV 2350 Euro. Egal, ob Sie das beige Modell oder das schwarze Modell haben wollen. Beide sind jetzt lieferbar und Sie können bestellen. Ich nenne Ihnen einmal die Bestellnummer für den beigen. Das ist die NX 8041 und die 569. Der schwarze hat die Bestellnummer NX 8040 und die 569. Wir können gerne mal zu unserem Mutterkonzern, zu pearl.de schauen, um zu vergleichen, was Sie heute bei uns bei Pearl TV sparen. Da sehen wir es eingeblendet. 2.999,90 Euro. Das ist der Preis, also 3.000 Euro bei Pearl, bei unserem Mutterkonzern. Unser TV-Sonderpreis, eine Riesenpreisersparnis hier für Sie. Bei uns heute 2350 Euro. Und ich möchte gleich anmerken, dass viele unserer Kunden sich direkt zwei Sessel bestellen. Weil die überlegen dann und sagen, wir möchten uns gerne eine neue Polstergarnitur im Wohnzimmer kaufen. Dafür würden wir normal 6.000, 7.000 Euro ausgeben. Und dann sagen die, nein, wir bestellen uns zwei von diesen tollen Massagesesseln. Weil da haben wir einfach einen unglaublichen Luxus, den wir uns nach Hause holen, der ja auch unser Raum unheimlich aufwertet, weil wir hier eine wunderschöne Verarbeitung haben. Das ist es auch noch. Das ist ein Möbel, das wirklich jeden Raum hochwertiger macht. Und wenn Sie Besuch bekommen, wird man zu Ihnen sagen, wow, was hast du denn für einen Sessel? Und wenn Ihr Besuch dann einmal reingesessen ist, können Sie sicher sein, dass dieser Besuch Sie regelmäßig besuchen wird. Diesen Sessel, den kauft man sich nicht, den gönnt man sich einfach. Und wichtig ist natürlich auch noch, dass das Ganze auf Langlebigkeit gebaut ist. Da werden Sie nicht nur Sie dran Spaß haben, sondern auch Ihre Kinder und deren Kinder. Weil das ist generationenübergreifend. Und mit dem Sessel werden Sie viele, viele Jahre Spaß haben. Und das für 2350 Euro. Übrigens schwarz und beige sind genau baugleich. Der einzige Unterschied ist die Farbe. Und Sie sollten entscheiden, welches denn das Richtige für Sie ist. Und jetzt kommen wir zu unserem Platz Nummer 2. Und da gehen wir mal wieder raus in den Garten. Und wir kommen wieder zum Thema Rasenmähen. Und das ist ein Gerät, das eigentlich jeden Gärtner und jeden, der einen Rasen hat, absolut begeistert, sobald er ihn das erste Mal gesehen hat. Das denke ich auch aus dem Hause Royal Garden hier. Unser Akku-Rasenmäher, den wir Ihnen hier anbieten. Und wie Sie sehen es, haben es gerade gehört, Akku-Rasenmäher. Das heißt, kein Kabel und kein Benzinmotor. Nein, hier oben haben wir zwei Utensilien drauflegen. Die machen wir jetzt auch mal runter. Das ist einmal die Schnellladestation. Damit lade ich das Akku wieder. Und einmal kann ich hier die Ausschüttung hinten zumachen, um dann eine Mulchfunktion am Rasenmäher zu generieren. Das gebe ich dir mal bitte, Kotti. Und dann zeige ich Ihnen mal unser Kraftwerk. Weil das ist hier drin versteckt. Schauen Sie hier, ein 36 Volt Lithium-Ionen-Akku. Und dieser Akku, der hat Power ohne Ende. Ja, ich kann damit, Katti, bis zu 500 Quadratmetern rasen. Bis zu 500 Quadratmetern rasen. Ja, dann bleiben wir noch ein bisschen hier unten. 500 Quadratmeter, also unglaublich viel Leistung. Hier haben wir noch so einen kleinen Zündschlüssel. Nur mit dem funktioniert es, also praktisch Diebstahl und Kinderschutz. Und hier können wir noch die Schnitthöhe einstellen. Von 2,5 Zentimeter bis zu 7,5 Zentimeter. Und wenn ich dann alles richtig eingestellt habe, dann kann ich loslegen. Und das geht so, so einfach mit der Power eben dieses Lithium-Ionen-Akkus. Ich drücke den grünen Startknopf und dann einfach den Hebel. Und guck mal. Schon fährt er los. Wir sehen, wie gut das geht. Schon kannst du losmähen. Ja, und wirklich lang, 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 500 Quadratmeter. Das ist mal eine riesen Rasenfläche, die ich hier mähen kann. Und wenn ich fertig bin, dann lade ich einfach meinen Akku wieder auf. Und beim nächsten Mal ist er wirklich voll dienstbereit. Man kennt das von Motorrasenmähern. Erstens mal gibt es immer Ärger mit den Nachbarn. Weil egal, um welche Uhrzeit du rasenmähst, die werden sagen, musst du rasenmähen, um diese Uhrzeit. Hm, geht halt nicht anders. Und zum Zweiten natürlich der Gestank. Und vor allem, wenn ich rasenmähen will, ist meistens der Tank leer. Diese Probleme habe ich hier absolut nicht. Für 296,50 Euro kommt unser toller Rasenmäher zu Ihnen nach Hause. Inklusive Akku und inklusive Ladegerät. Alles komplett. Sie können direkt den Akku aufladen und losmähen mit der Bestellnummer NX 5200. Und der 569 für 296,50 Euro. Das ist ein Wahnsinnspreis. Der ist unglaublich beliebt. Deshalb hier bei uns auch auf Platz 2 gelandet. Und Sie brauchen nichts weiter tun. Wie gesagt, es kommt direkt mit dem Ladegerät, das habe ich hier, und dem Akku. Einfach dann Akku aufladen, reinstecken und schon kannst du bis zu 500 Quadratmeter mähen. Klasse. Ja, und vor allem die Akkutechnik ist natürlich weit, weit fortgeschritten. Kein Memory-Effekt mehr, keine Selbstentladung mehr. Das heißt, ganz egal, wann ich den Akku auflade, der wird nicht an Kapazität verlieren. Und ich werde auch beim nächsten und beim hundertsten und beim fünfhundertsten Mal wieder 500 Quadratmeter damit mähen können. Den kann ich ja auch ganz einfach rausnehmen, ne? Selbstverständlich. Das ist auch wieder kinderleicht. Das ist durchdachte Technik. 50 Liter Fassungsvermögen und der Preis 296,50 Euro. Ein absoluter Preishammer für einen so leistungsfähigen Akku-Rasenmäher. Und da sollten Sie ganz, ganz schnell zuschlagen. Denn ja, bei Ihnen steht es mit Sicherheit auch bald an Rasenmähern. Und wenn Sie jetzt auf der Suche sind nach dem Rasenmäher, schlagen Sie hier und heute zu. Die Bestellnummer NX5200 und die 569. Und damit sind wir bei Platz Nummer 1 angekommen. Auf dem Treppchen. Vor vier Wochen habe ich es gesagt, es wird nicht mehr lange gehen. Dann ist dieses Gerät unser Platz Nummer 1 vor. Letzte Woche hat er es zum ersten Mal geschafft. Und auch diese Woche wieder bestätigt. Unser Verdunstungsluftkühler. Aber jetzt wesentlich größer und noch effektiver als der kleine Kompakte, den wir vorhin auf Platz 4 gesehen haben. Also das perfekte Gerät, um eine gesamte Wohnung runter zu kühlen. Aber flexibel einsetzbar. Durch die großen Rollen, die unten dran sind, kann ich den einfach von Zimmer zu Zimmer rollen, überall mit hinnehmen. Und der hat eine Power. Der kühlt so wunderbar. Das ist wirklich herrlich. Ja, und vor allem, wenn Sie jetzt eine Klimaanlage schon mal versucht haben zu installieren, die braucht wahnsinnig viel Strom. Und zweitens ist hier hinten immer irgendwo ein Abluftschlauch, der irgendwo rausgelegt werden muss. Haben wir hier auch nicht. Und dadurch sind wir absolut flexibel. Ja, tagsüber im Wohnzimmer, abends dann ins Schlafzimmer rüber. Den nehme ich überall mit hin. Schaut es mal, der hat extra so kleinen Haltegriff hier auch an der Seite. Da rolle ich den einfach hin und her. Ruckizuck, wo ich den haben will. Und das Schöne ist, der arbeitet auch wieder absolut ohne Chemie. Nämlich der arbeitet mit der Physik. Und Physik ist ja absolut unschädlich. Denn hier haben wir auch wieder einen Verdunstungskühler. Das heißt, wir haben unten 20 Liter Wasser drin. Ein Wassertank, den ich jederzeit füllen kann. So, und dann haben wir wieder zwei Prinzipien. Einmal geht natürlich die Luft an dem Wasser vorbei und wird dadurch schon gekühlt, aber anders. Und jetzt kommen wir zur Physik. Ja, wird hier Wasser verdunstet. Und bei dieser Verdunstung entsteht die physikalische Verdunstungskälte. Die liegt ungefähr 4, 5 Grad darunter. Und dadurch kommt dann die kühle Luft vorne raus. Und das in der Intensivität, die ich einstelle. Ich habe hier verschiedene Modi, drei Stück in der Intensivität. Und dann kann ich auch noch die Drehrichtung, ich kann mir schön schwenken lassen, sodass der ganze Raum sehr, sehr angenehm gekühlt wird. Das funktioniert wirklich toll. Hier sehen wir gerade das Bedienpanel hier oben. Da habe ich hier natürlich einmal den An- und Ausschalter. Dann hast du gesagt, die Intensität, die ich einstellen kann, drei Stufen. Oszillation kann ich zuschalten. Das heißt, dass die Luft auch dementsprechend bewegt wird, wenn sie unten rauskommt. Eine Sonderkühlungsfunktion, Ionisatorfunktion und ein Timer, den ich von 1 bis 8 Stunden einstellen kann. Hier wird die Temperatur angezeigt und hier ist die Fernbedienung. Zack, da rein. Ja, alles noch per Fernbedienung. Der Timer ganz, ganz wichtig. Wenn ich einfach sage, du im Schlafzimmer muss nicht die ganze Nacht laufen, sondern wenn ich schlafe, schalte wieder aus. Einfach mal eine Stunde an. Ein Ionisator ist auch noch wichtig. Er tötet Keime, Viren, Pollen. Das wird einfach automatisch beim Kühlen noch mitgemacht. Und ganz, ganz wichtig. Ich werde von diesem Verdunftungskühler, werde ich auch nicht krank. Wie manche sagen, oh Klimaanlage, dann bin ich wieder das halbe Jahr krank, wenn die läuft. Das passiert hier absolut nicht. Nein, weil es eine sehr angenehme, natürliche Kälte ist, die hier rauskommt. 170,91 Euro ist der Preis. Er kann jetzt vorbestellt werden. Er ist dann pünktlich zur Wärme bei Ihnen zu Hause mit der Bestellnummer NC 5769 und der 569. Unser Platz 1 hier bei unseren Top 10. Das war einen schönen Top 10. Und unser Platz 1, der ist wirklich der Knaller, deshalb greifen Sie zu. Ja, egal ob Platz 1 oder Platz 10, alles Knaller. Und ich bin schon gespannt, was wir nächste Woche in der Top 10 haben. Und ich hoffe, Ihr Top 1 Produkt war heute in unserer Top 10. Und dann wünsche ich Ihnen viel Spaß damit und freuen Sie sich schon auf nächste Woche.